Es gibt zwei Kategorien von Menschen, die einen, die den Strick um den Hals haben und die anderen, die ihn abschneiden. Es könnte doch sein, dass ich mal dabei draufgehe. Vielen Dank. Also ist mein Risiko größer. Darum bin ich beim nächsten Mal nicht mit der Hälfte zufrieden. Das ist mein Risiko. 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 Auch Schwein genannt.